Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja, und heute spiele ich zusammen mit der Alexa eine Runde FlexQ. Und in diesem Game habe ich mich für Timo auf der Toplane entschieden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wo ich den Skin eben gezogen habe, da blieb mir nichts anderes übrig, als jetzt Timo zu spielen. Der Skin ist einfach mega cute. Passt ja zu mir. Wieso dieses... Oh, guck mal, Gold für mich. Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, mit fast 40 ist man nicht mehr süß, oder? Naja, Ansichtssache, ne? Guck mal, da will lieber jeder Gold haben. Ich nicht. Ich will meinen Skin ein bisschen angucken. Schaut, dass man nicht so ein bisschen drehen kann, ne, die Kamera nach vorne. Ja, aber du kannst halt rein scrollen, ne? Naja, aber nur rein. Ja. Anders wäre aber auch lustig. So eine... So eine... So eine richtige 3D-Ansicht, so von vorne. Ich darf jetzt einen Trinder poken. Ich darf jetzt einen Trinder poken. Wollen wir mal sehen, ob er zum Farmen kommt, ja? Vor allem, ich bin natürlich richtig Satan, Timo. Ich spiele nämlich mit Ignite. Willst du auf First Blood gehen, sagst du? Okay, ich kann das irgendwie nicht. Versuchen werde ich's, weil ich muss ihn im Early fertig machen. Ab Level 6 wird schwer. Aber er ist miss. Da ist er. Ich bin natürlich nicht. Oh mein Gott. Oh komm Große Minion nicht gekriegt ey Ah, ich werd schon gegankt Und haben wir First Blood Ja gut, freut mich Also Warwick, ne? Ja, du brauchst nicht mein Kleid, ne? Ne Jetzt hab ich ihn Das freut mich Minute vier und Rami ist schon mehr oder weniger fett Naja, fett Eins, null, eins Links, zwei, drei, vier Links, zwei, drei, vier Schnell Schnell Botland wird er wahrscheinlich wenig machen können wenn wir dauernd reingedrückt werden Mal schauen Wir warten jetzt uns bereit Hm Ich werde die Gegend ausspielen Ich werde die Gegend ausspielen Ne, glaub ich nicht Da ist ja nix Ja, aber wissen die ja wahrscheinlich noch nicht Oh, ne, können sie auch nicht Man kann auch sagen, dass er wirklich schon in der Base gegangen ist Was er noch den Form gebraucht hat und jetzt hier irgendwie Ja, aber es ist schön wie alle auf Pfingst waren So Geil Jetzt los Jetzt hab ich ihm Wort gestellt Guck mal Epic Word Das war grad sehr Wir Das war's Das war's für heute. Ach ne, das war ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht sollte man Leblanc im Moment wirklich bannen. Ja, eigentlich ist die Permaband. Das sollten wir halt dann echt machen. Oh. Okay, das war schlecht gespielt von mir. Wie, fängst du auch noch an? Naja, ich wurde vom Scanner geholtet. Machst du nichts? Nee. 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 Wie lange hält denn die Sold? Fünf Sekunden. Alter. 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 Oh, lol. Oh. Jetzt lauf ich, Tim's Garner auch noch voll in die Arme. Okay, der und dann Pinkwort, verdammt. Läuft ein bisschen an, Lucky, im Moment. Ja, noch, aber mal schauen. Ich werde die Gegend ausspielen. Okay. 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 Oh, Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also mir war's klar, dass ich dabei sterbe, aber ich dachte, First Tower ist es wert. Vor allem gegen zwei, gegen Tründer und Skana, ne? Hab ich getower-dived, sag ich mal. Wenn man das so nennen kann. Nein, Tründer, lass meinen Tower. Nice. Nice. Hat er Daron lassen können. Das war's für heute. Okay, wir können unten pushen noch. Ja, Skana ist auch hier hochgekommen gerade. Ach, ich geh auch mal lieber back, weil der war wirklich in meine Richtung unterwegs. Nix. Hm, an die Tower defen, glaub ich gerade. Ah, da ist er. Wasser. Okay, lass weg gehen. Dründer sammelt fleißig meine Pilze. Mist kann, das ist doch egal. Wenn das fett. Jo. Oh, und hier ist ein Red Buff. Da ist noch Leona in der Nähe. Pass auf. Leblanc auch. Leblanc auch. Leblanc dürfte Base gegangen sein. Ah, die stand hier gerade neben mir. Ich hab'n Red Buff. Na, kommt der Main-Chang da wieder. Ja. Haha. Hier kommt es gleich Mitte. Ja, da geh'n bisschen zurück. Guck mal, die hat nen Pilz gefangen. Okay, Leblanc. Kann wieder in ihre Base. Nice. Guck mal, wo Warwick sie divet. Sportland kommt immer noch Mitte. Oh, los, komm. Das war auch saudumm von dem. Au. Warum hab ich denn Tower-Agro? Ja, was Mädel? Ich konnte nicht schneller. Hatte Tower-Agro. Da ist ein Thermo. Kenn ich nicht. Ah. 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 Ah, das ist so eklig mit drin, ey. Haut weiter auf den Tower ein wie ein Bekloppter in seiner Ult. Ich finde die Ulti aber noch viel zu krass, meine Mann noch. Na, er kann da halt wirklich, wenn er nicht CC't, wird immer noch machen, was er will. Oh, ich krieg Farmen in der Mitte. Nice. Muah. Mama, Auto, Auf! Pilze? Jo. Wie Flo früher mal gesagt hat, tuh Pilze, Pilze, Pilze. Ich glaub, der hat nicht keine Pilze. Das kann sein. Alle lieben Timo. Ach ne, hassen Timo war's, ne? Hassen Timo und nicht lieben. Gleich wird er gehasst und geliebt. Ich liebe ihn. Kleine Satansparten. Nö, auch wenn andere spielen. Man muss halt nur wissen, wie man gegenspielen muss. Ach, okay. Läuft besser jetzt gerade. Ja, läuft ganz hervorragend. Ich wollte nicht zu selbstsicher sein, was das angeht. Kann immer irgendwas Blödes passieren. Heile, Leona. Heile, Blanc. Oh, da kommt ein Trindermeer. Ja, viel mehr ist auch nicht mehr am Leben. Ja, ne? Leona. Ja, war ein geiler Engage von ihr. Ein Dreimann. Was ist ja Timo überhaupt nicht hinterherkommen? Das hat sie wohl nicht gemerkt. Die Wayne hat gerade den Trinder mal ein bisschen outplayed. Fand ich gut. War mit drin da, der hat schon schwer genug gehabt, so. Kein Mitleid. Was ist ja Timo. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Da bin ich nicht bewegen. Wie immer, da ist ein Pilz reingerannt. Schuldnerleihend. Ne, eigentlich nicht. Oh, ho, ho. Satan ist wieder da. Du hast wirklich so typische Timo Lache. Ne, die kann ich im Moment nicht. Dazu bin ich zu heiser. Wow. Terminiert. Oh, ich kann viel in schönen Top-Lane-Farm sehen. BLP, die haut aber auch in ein paar Sekunden ein Damage raus. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, und dazu noch dieser ekelhafte Stunning, ne? Ja. Ah gut, ich habe bei LeBetion selbst gespielt. Ich weiß, was ich für Schaden raushauen kann. Trissana tut mir so ein bisschen leid. Warum das? Weil die eben mit dem Pilz gelaufen ist und da stand ich genau auch unsichtbar ein bisschen weiter. LeBlanc hat es noch versucht, sie zu retten, aber... Da war wohl nix mehr zu retten, sagst du. Ja, nicht mehr so viel. Scheiße. Jetzt kommt die Wengen, den Rap war voll und ich wollte ihn gerade klauen. Mein Chang-Nabel immer alles klauen. Nee, also nicht. Lämst du dich nicht? Nö. Eigentlich nicht. Haha, bitte. Du weißt doch, ich bin Rami. Ich darf das. Niki Barron. Sneaky, sneaky. Oh, nicht mal. Das kann ich. Das war echt heißer, ey. Holy moly. Ich habe auch Antibiotika verschrieben gekriegt. Oha. Aber das kriege ich heute erst. Hallo, Mist. Nö, ich merke das. Was soll das? Nö, die wollen den kleinen Timo haben. Die wollen mit ihr spielen. Guck mal. Der LB war schon da. Leona, habe ich gesehen. Oh ja, da ist sie. Verdammt, Axt. Da war ein bisschen nur Bedrängnis. Oha. Ja, die wollen mich echt. Unbedingt. Oha, von allen Seiten. Okay, Leona hat nochmal einen Pilz gefunden. Flieh nur. Es bringt dir nichts. Doch nicht. Ich habe keine Minions. Alter. Also, ab nächster Runde LeBlanc. Ja. Ja, die ist echt krass im Moment. Die hat die Wanker einfach quatschiert. Ja, ja. Ja. Okay, der stirbt. Ja. Das ist die falsche. Ah. Ja, jetzt wollten sie mich aber sowas von. Oh ja. Nur ein bisschen. Ui. Blöder Timo, blöder. Ey, das sah gut aus. Okay. Ganz komisch in der Luft. Aber jetzt sollst du weg. Du bist last. Last man standing, wollte ich gerade sagen. Aber ist ja eher last Frau standing, ne? Last fish standing. Let's go. Los Trissana, lauf mal ein bisschen raus. Ich habe euch noch ein paar Pilze da gelassen. Was sind da einer? Ah, ich sehe ihn. überall es gibt gold für mich 14 28 so schöne 90 großen habe ich auch gekriegt er war er ist nicht da und vor allem trotzdem last hitten mit pilzen kann ich oh man war zu gut luba von gleich ist der drake ab was viel ein kill ich kann nicht mitgekriegt ist bestimmt von mir kreist das sehen wir dann hellen drache so wollen wir die kiste mal beenden gehen war ja erst mal lb 146 verliert das game ein bisschen ärgerlich ja dann war ja 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 w k ja das game hat auf jeden fall spaß gemacht und ich hoffe es hat euch auch gefällt gefallen und wenn ja schaut beim nächsten game auch wieder rein in diesem sinne bis bald euer ram ja 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 ja